Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Hm, sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Die Belle Epoque sieht sauberer aus als das Paris während der Revolution. Das ist es. Es gibt einen Weg durch die Metro Station vor dir. Scheiße. Das gesamte Gebiet wird inschabiert. Das ist auch ein Weg. Oh, come on. 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 Oh, come on.